Nun wurde bekannt, dass an derselben Fakultät WhatsApp-Gruppen mit über 80 Teilnehmenden aktiv sind, in denen zutiefst menschenverachtende Inhalte verbreitet werden, die Erinnerungen an die AG-Leaks wecken, wie der ÖH in einer Aussendung schreibt. In einem neu aufgetauchten WhatsApp-Chat-Verlauf haben Studenten Verbrechen des Nationalsozialismus verherrlicht und relativiert, konkret der Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen. Außerdem bestimmen tiefste Frauenverachtung, Behindertenfeindlichkeit und Hetze gegen religiöse und ethnische Minderheiten die Ausrichtung der Chat-Gruppe. Diese Gruppen offenbaren ein menschenverachtendes Denken, das an unserer Universität nicht toleriert werden darf und außerdem die Grenzen des Strafrechts systematisch überschreitet, sagt Jasmin Cialendi vom Vorsitzsteam der ÖH Uni Wien und erklärt, dass daher am Freitag eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts auf Wiederbetätigung, Verhetzung sowie der Herabwürdigung religiöser Lehren bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht wurde. Rechtsextreme Vorfälle an der Universität Wien sind keine Einzelfälle. Die Ereignisse der letzten Zeit zeigen ein strukturelles Problem auf. Wir fordern die Universität Wien daher auf, ihre gesellschaftspolitische Verantwortung wahrzunehmen, die Vorfälle aufzuarbeiten und zu evaluieren, mit welchen Maßnahmen die Verbreitung solcher Ideologien an der Universität in Zukunft verhindert werden kann, schreibt Sissi Fritsche vom Vorsitzsteam der ÖH Uni Wien. Gerade im Kontext des Vorfalls des Studenten, der mit einer halbgeladenen Schusswaffe an die Universität kommt, wird die Gefährlichkeit dieser Ideologien allzu deutlich. Zitat, die Universität Wien ist hier gefordert, die Sicherheit aller Studierenden zu gewährleisten und ihnen zu ermöglichen, sich ohne Angst an ihrer Uni zu bewegen. Nach wie vor sind Messenger-Gruppen wie die Angezeigte an der Fakultät für Physik aktiv, dem müssen wir uns alle entgegenstellen, fordert Babsi Ordinateur vom KSV Lilly eindringlich. Zitat, die Schusswaffe an der Fakultät für Physik aktiviert werden,